Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Freitag. Heute ist der 2.10.2020 und es ist 7.33 Uhr. Um 6 Uhr hat heute mein Wecker geklingelt. Punkt 6 Uhr. 6.05 Uhr war ich sozusagen wach und 6.30 Uhr ging es dann so langsam los. Ich war am Bad. Ich habe heute ein wunderschönes Bad genommen. Also er lag in der Badewanne. Und aber irgendwie, ja, Gesicht ist immer noch fällig. Müsste ich mal was gegen tun. Ja, ich bin heute so früh dran, weil es noch zwei, drei Sachen vorzubereiten gibt für einen Termin um 9 Uhr von 9 bis 10.30 Uhr. Da gibt es eine Zusammenkunft, wo wir unsere Arbeitsschritte, Prozesse betrachten, besprechen, hinterfragen und vielleicht auch anfangen neu zu denken. Mal gucken. Und da gibt es noch zwei, drei Sachen, die ich ausprobieren muss und hoffe, dass die bis dahin auch funktionieren. Aber ich befürchte, dass wir mit einer Backup-Lösung arbeiten müssen. Wir schauen einfach mal, wie wir das hinkriegen. Ja, ansonsten, was gibt es zu erzählen? Es ist Freitag, es ist bald Wochenende. Ich treffe mich heute mit Hagen. Es wird Honig übergeben. Ich bekomme einmal klaren und einmal trüben Honig von ihm. Er ist ja auch unter die Imker gegangen oder schon eine ganze Weile, ich weiß es nicht, und hat jetzt Honig, den er unters Volk bringen möchte. Und ich mag Honig eigentlich ganz gerne, habe jetzt auch immer mal wieder von einem Kollegen von Toll Collect Honig gekauft. Und jetzt probieren wir einfach mal anderen Honig aus, von jemand anders, nämlich von Hagen. Und da treffen wir uns heute 14.30 Uhr für eine Stunde oder so, essen Kaffee und trinken Kuchen. Und dann muss er in eine Fortbildung und ich werde dann wieder nach Hause noch ein bisschen mit arbeiten. Ja, ich muss auf jeden Fall noch was für die Schweiz machen heute. Ich muss nochmal das Finanzamt anschreiben, weil die irgendwie Sachen durcheinander bringen, wo ich mir so denke, ey, jetzt habe ich schon drei Ansprechpartner und jeder sagt was anderes. Dann, wie gesagt, natürlich hier Toll Collect Sachen müssen heute noch erledigt werden. Team Meeting haben wir heute noch. Dann muss ich noch zwei, drei Sachen für nächste Woche vorplanen. Der Stream gestern, wir haben gestern Death Stranding gespielt auf der Playstation 4. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Momentan bin ich sehr angetan von dem Spiel. Die, wie soll man sagen, die Geschichte, wie sie erzählt wird und auch die Bilder, die man sieht, die sind schon echt gut gemacht. Also es erschließt sich mich, es erschließt sich mir, hier und da, vielleicht noch nicht alles. Und ich weiß noch nicht genau, was ist das, was soll das sein, warum ist was. Aber vielleicht kommt das mit der Zeit. Aber das, was man so an Bildern sieht, finde ich echt gut gemacht. Ein bisschen verwirrend, ein bisschen verstörend, manchmal ein bisschen eklig. Aber im Großen und Ganzen wird es, glaube ich, ein sehr schönes Spiel für mich. Und auch die Einbindung von Musik ist echt krass gut gemacht. Also hat mir sehr gefallen. Habe mehrmals Gänsehaut gehabt. Und auch wenn es nur auf der Playstation 4 gespielt wird und nicht auf der Pro und schon gar nicht auf der Playstation 5, muss ich sagen, es ist grafisch schon sehr gut. Also gefällt mir echt von der Machart wirklich sehr, sehr gut. Ja, heute Abend gibt es dann zu meinem Leid, zu eurer Freude, Alien Isolation zu sehen. Um 20 Uhr bis 23 Uhr werde ich heute anfangen, Alien Isolation zu spielen. Es ist ja Oktober und im Oktober soll man ja so gruselige Spiele spielen, soll man nicht. Aber es bietet sich an. Und das werden wir dann heute fortführen. Gestern war ich schon hier und da ein bisschen gruselig, aber jetzt nicht so Jumpscare-mäßig. Und bei Alien Isolation ist es, glaube ich, schon ein bisschen krasser. Und wir gucken mal, wie das heute wird. Ich glaube, heute im ersten Part wird es noch nicht ganz so schlimm, weil ich mich ja auch im Tutorial oder im Anfangsgebiet immer sehr lange sehr gerne rumdrücke, bevor ich dann weitergehe in die nächsten Episoden oder Kapitel. Aber für die nächsten Wochen wird das, glaube ich, nicht so schön. Wir gucken mal. Ihr werdet Freude haben, ich werde leiden, aber so wollt ihr das ja. Also zumindest auf Twitch. Ja, und morgen gibt es dann wieder eine Folge Days Gone. Ja, so sieht es aus. Gut, das ist es von mir. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Freitag, kommt gut ins Wochenende. Drückt mir die Daumen für den Termin nachher von 9 bis 10.30 Uhr. Und ja, wir hören uns hier auf diesem Kanal morgen Vormittag wieder mit einem weiteren täglichen Vlog. Und ansonsten, wenn ihr mögt, schaut heute gerne ab 20 Uhr, nicht 16, 17 oder was auch immer. Ab 20 Uhr vorbei. Da spiele ich dann Alien Isolation auf der Playstation 4. Und ich habe schon ein bisschen Schiss. Aber das wird schon. Das muss. Also, bis dann, kommt gut durch den Tag und noch viel besser ins Wochenende. Tschüss.